Serge, noch ein perfekter Start in der Pick-Round. Ein paar Kommentare zu dem Spiel? Nein, ich bin zufrieden, das ist für sicher. Ich dachte, dass wir heute Abend auskoppelt haben. Unser Koppel-Level war nicht da, wo es sein sollte. Wir haben keine Hockey-Player mit dem Puck gemacht. Es war einfach eine schwierige Nacht. Das Wort gesagt, danke Gott, wir spielen in ein paar Tagen. Wir werden uns regroupen und gehen. Der nächste Spiel ist am Sonntag gegen Innsbruck. Was muss sich ändern? Ich erwarte eine Reaktion. Ich denke, genug ist genug. Das ist unsere 3d Loss in der Runde. Und ich hoffe, dass unsere Leute zusammenstehen. Und zeigen, dass wir alle Jahre gut machen. Und es ist Zeit, zurück zu den BASIC und zu arbeiten. Vielen Dank.